Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch den Jagdauftrag Moor und Totschlag anzunehmen bei der Tankstelle Königs bzw. bei der Königs Tankstelle Alstor. Die ist hier. Anzunehmen ist der Auftrag im Diner bei der Bedienung. Ich spreche mit der Bedienung. Jagd Moor und Totschlag. Jagdauftrag angenommen. Und auf geht's. Hier über die Straße. Na dann mal weiter. Ignes, weiter geht's. Einen Moment. Während ihr hier nach unten lauft, dürft ihr darauf achten, dass ihr nicht diese Gavula angreift. Weil die Sprinten-Taste ist gleichzeitig die Angriffstaste, die ist auf dem PS4-J-Pad. Und wenn ihr da sein Gavula im Ziel habt und die Angriffstaste drückt, könnte sein, dass ihr auf ihn zustimmt. Leichter geht's nicht. Leichter geht's nicht. Leichter geht's nicht. Leichter sind Gegner. Bist ja richtig in Fahrt. Zu wenig Hand. Die vorhin erwähnten Gavulas sind an sich kein Problem. Aber unter Umständen ist in den Gruppen ein Stufe 32er und er könnte zum Problem werden. Hier darf man an diesem See erstmal vorbeilaufen. Weil, wie man auf der Map sieht, ist der Jagdauftrag ein bisschen, wenn man ein bisschen umherläuft. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Also man muss um den See laufen, um zum Jagdauftrag zu kommen. Das wollte ich damit sagen. Da oben! Feinde! Danke! Ich bin ja auch gleich schon da. Ist es eigentlich anstrengend, die Kraft der Könige zu benutzen? Schon. Morgens komme ich kaum aus dem Bett. Mit der Feinde. Vielleicht auch ein bisschen gut. Schlafen. Schluss mit dem Elend! Und jetzt komme ich schon ins Jagdauftraggebiet. Da hinten erkennt man sie auch schon. Lust auf etwas Leibesertüchtigung? So was höre ich gerne. Wenn ihr wollt, ich bin damit. Nein! Los geht's. Wie ist es? Sie haben es! Die Verdaiung. Die Verdaiung! Alles gut! Also wir wollen wagen, nicht den Fall. Nein, ich bin mit! Ja! Die Verdaiung! Ich bin klar! Eglis! Ja! Verschwende! Kommt um! Niemand gern! Not! Okay! Hey! Was ist denn Quatsch? War keine Absicht. Alles klar? Alles umbringen wir dich. Noch eine Down. Und Jagdziel erledigt. Und dann einfach... Nein, da wollte ich nicht hin. Auf die Map, genau, zurück zum Regalier. Dann ins Deiner laufen. Und Jagdauftrag erledigt. Ihr Jungs seid gut. Falls euch das Video geholfen hat, gerne einen Daumen hoch und dort abonnieren, würde mich sehr freuen. Ein Häppchen gefällig? Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao! Wir sind viel zu...